hallöchen meine lieben also ich versuche mich bestmöglichst zu beschäftigen mal mit diesem mal mit jem manchmal sitze ich hier nur so rum und dann fällt mir fällt mir was ein dann fange ich das an fange ich das an also geht es mir jetzt auch aber ich habe mir gestern abend mal diese teile heraus gesucht das war noch nicht zusammen die habe ich mal in einem tausch paket bekommen dass ich mit der basteleule gemacht habe und weil ich hier auch zwischendurch immer wieder mal aufräume und umsortiere sind die mir dann gestern abend in die hände gefallen ich habe gesagt mein gott die hast du jetzt schon so lange und eigentlich sind die richtig richtig toll was machst du damit dann bin ich auf die idee gekommen ich kann mir so fenster dinge daraus machen und zwar sollen zwei ins wohnzimmer an meine fenster und zwei sollen hier im in meinem bastelzimmer in meinem kreativraum ist ja nicht mehr nur im bastelzimmer ist tatsächlich ein kreativraum mittlerweile geworden und ja dann habe ich angefangen die hier zusammen zu machen also hier die teile dran zu machen ich sag grödinger noch diese hängerchen und ja die sollen dann als eyecatcher in der sonne funkeln und diese häuschen hier die fand ich recht langweilig auch mit den engeln dann da ich habe dann die engel da rein gemacht das sind übrigens alles das sind perlenengelchen die habe ich mal bekommen in diversen tausch tausch aktionen und ja ich hatte mir vorgestern ohrringe von solchen hobser engelchen gemacht und ja die werde ich auch tragen das ist steht schon mal fest weil ich meine ohrlöcher reaktiviert habe und jetzt kann ich tatsächlich ohrringe wieder tragen und ja heutzutage ist alles schon nickel frei das gut so jetzt kann ich mode schmuck tragen das war früher nicht so ich konnte gar kein mode schmuck dran deswegen habe ich auch nie ohrringe mehr getragen und irgendwann habe ich dann sogar auf gold reagiert mein mann hatte mir damals so viele ohrringe gekauft aus gold aber ich habe das alles nicht mehr vertragen auch sterling silber nicht gar nichts ich konnte gar nichts mehr und jetzt jetzt kann ich komischerweise mode schmuck tragen ich darf die nicht zu lange tragen aber mal so ein tag oder so ist in ordnung die habe ich zum beispiel gestern getragen hier habe ich vor langer zeit habe ich mir die dinge mal gemacht und gestern habe ich halt ohrringe raus gebastelt genauso wie aus diesen hier na ja und die perlenengelchen hier einmal in schwarz und im weiß habe ich gedacht okay die benutzt du dann so quasi als die als engelchen und teufelchen also kann man die auch als ohrringe benutzen und dann die anderen hier diese habe ich dann gedacht okay die machst du in diese häuser weil die häuschen doch sehr langweilig sind und ich habe dann von edding hier diesen gold stift ich hatte auch noch einen anderen hier diesen aber der ist nicht so schön muss ich ganz ehrlich sagen dann habe ich dir von edding genommen und habe hier diese rosen drauf gemalt in gold und ich finde das sieht jetzt schon mal richtig gut aus wie gesagt das habe ich gestern abend spät noch gemacht das sollte jetzt trocken sein ist es auch ja und jetzt überlege ich wie ich weitermache und habe gedacht ja und dann mach doch einfach mal die kamera an und lass deine lieben dabei sein ich habe noch gar keinen plan wie es jetzt weitergehen sollen ich möchte möchte mal ansprechen dass ihr so viele holz von mir zu sehen bekommt es liegt einerseits daran dass ich ja also die muße hat mich verlassen und die verlässt mich immer wieder mal dann taucht sie mal ganz kurz auf und dann ist sie wieder für lange zeit weg ja das kratzt meine angeschlagene befindlichkeit sag ich mal so noch ein bisschen mehr an und ja da versuche ich mich in anderen dingen ich versuche musik zu machen ich versuche ja mir halt schöne dinge zu leisten aber es sind eben auch dinge die ich brauche die ich auch in zukunft brauchen werde und deswegen gibt es halt so viele holz und so viele verschiedene meine ganzen kunstholz die hat da jetzt alle mitgekriegt das sollte auch erst mal so weit gewesen sein ich meine wenn ich irgendwo günstig ein paar tolle buntstifte oder sowas finde nehme ich die natürlich mit und dann zeige ich sie euch auch aber ich werde jetzt nicht mehr gezielt auf die suche gehen dann habe ich die tage was heißt die tage das ist jetzt auch schon was her habe ich diesen kasten hier befüllt mit aquarellfarbe vom action also die dies in jedem näpfchen habe ich eine halbe tube rein gequetscht und ich meine mir war klar dass das runter geht aber das ist so extrem runter geht wo gut ich habe sie ja rein gemacht und werden wir auch ausprobieren bei gelegenheit und gut ist jetzt wollten wir hier mal weitermachen wie ich das jetzt genau hier unten macht weiß ich noch nicht wir schauen mal ok das hier sind übrigens keine geschenke die habe ich mir damals selber gemacht als ich noch hat gegossen habe da habe ich mir diese anhängerchen gemacht und daraus mache ich mir ketten also ich finde die nämlich süß und deswegen ja vielleicht mache ich hier raus ein kettchen für ja weiß ich nicht vielleicht doch für mich ich weiß nicht ich habe hier noch andere ich habe hier noch linetten aber da ich kein harz mehr gieße weiß ich gerade nicht was ich damit machen soll das mond ich habe keine ahnung so ich habe noch was anderes gebaut aber das ist noch im mache das kann ich euch nicht zeigen ich habe hier für meinen schreibtisch was gemacht ich habe für meine bilder was gemacht was habe ich denn noch habe ich noch was gemacht bestimmt aber ich habe es vergessen das ist auch so eine sache ich bin super vergesslich aber gut ich fange jetzt einfach hier mal an ich habe mir überlegt dass hier noch ein bisschen farbe rein soll und deswegen habe ich mir die alkoholmarker hier raus gesucht jetzt habe ich die wieder vertauscht weiß ich wieder nicht welcher welcher ist auch gut muss ich hier auf der folie ausprobieren ja mal kurz antrocknen lassen ja das ist der helle gut dann nehme ich jetzt den dunklen jetzt ist das engelchen hier schon dran aber gut jetzt ist das engelchen hier schon dran aber gut berühre mich berühre mich berühre mich berühre mir das gesicht fühle deine wärme nach bin deiner kraft sehr gewahr was du vermag zu wecken an früben Tagen hoffnung wecken Umkreis der Frohlen, das ist gut Solche Tage machen Mut Sollte dich nicht so oft verschwecken Deine Schalen zu uns retten Du scheinst uns an vielen Tagen Dafür will ich heute Danke sagen Sollte dich nicht so oft verschwecken Deine Schalen zu uns retten Du scheinst uns an vielen Tagen Dafür will ich Danke sagen So, jetzt muss das hier trocknen Aber ich finde das so schon mal ganz schön Was schießt das denn jetzt hin? Guck mal her Hups Oder? Geht das? Ich hoffe, das geht Hier auch So Hinstellen Ja, ich glaube das funktioniert so Ja, das geht Okay Was mache ich denn hiermit noch? Ich habe ja jetzt hier Teaserfirmen drauf gemacht Und das sieht ja nicht wirklich schön aus So lege ich gerade, was könnte ich da drauf machen Ich guck mal eben Oh Uiuiui 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 Mein Rücken Oh mein Gott Oh mein Gott Hab ich Rücken Alle freuen sich über dieses Wetter Und das mache ich nicht Und je wärmer es wird, desto mehr tun die Klenke weh Schlimm Ich verstehe das gar nicht Hab da Lust auf eine Anekdote Also ich war kürzlich Ja, ich hatte einen Arzttermin Und ja Ich hatte mich über mich selbst geärgert Das muss ich so sagen Und hab dann Einen Ja Frust oder Wutkauf getätigt Moment mal Sekunde, ich bin gleich da Ich bin gleich da Oder auch nicht Weil ich finde doch Ach Hätte ich gar nicht gebraucht Hier rumrennen Oder Und doch Nicht Nee Den wollte ich ja nicht Schmucksteinkleber Ja Den wollte ich So Oh Jetzt aber Ja gut Habe ich Habe ich gemacht Ich bin Zu Tee Gegangen Und ich bin In die Höhepers Gegangen Und ich habe da so Überhaupt Keine Rücksicht Darauf genommen Dass mir Ja Dass mir die Gelenke So wehtun Und auch die Knochen Die Knochen tun mir auch weh Und ja Ich komme aus der Vulvus raus Und ich hatte mich dort gebügt Weil ich mir einen Ring angeguckt habe Weil ich mir einen Ring angeguckt habe Den habe ich auch gekauft Aber Ja Ich hatte mich gebürgt Bin wieder hochgegangen Habe mir nichts dabei gedacht Außer Dass mir so ganz kurz Ein bisschen schwummrig war Habe ich noch gedacht Okay Das ist schnell hochgekommen Und mir wurde ein bisschen übel Und Ich bin dann auch weiter Ich bin noch ein bisschen Ich habe noch hier geguckt Und da geguckt Und dann bin ich nachher Ich habe dann bezahlt Und bin dann raus Und Mit einem Mal konnte ich Mit einem Mal Schoss ein Schmerz mir In den Rücken Und in die Hüfte Es ist unglaublich gewesen Und Ja Ich hatte Glück Dass ich Ein paar dieser Anzeichen schon kenne Denn ich weiß Es folgt der Tritt ins Leere Oh mein Gott Gott sei Dank Stand ich wo Wo ich mich abstützen konnte Sonst hätte ich mich Baps Auf die Nase gelegt Dann habe ich erst mal Da gestern Habe meinen Schmerz veratmet Und habe mir gedacht Toll Was machst du denn jetzt Hm Dann bin ich Geschlichen Unter Pein Ohne Ende Bin ich Zu Zu einer Bank Geschlichen Die in der Nähe war Die War direkt vor der Ruhe Und da habe ich mich Dann drauf gesetzt Und habe nur gedacht Okay jetzt wartest du Mal ein bisschen ab Vielleicht lächst du ja gleich nach Aber es ließ nicht nach Und mir wurde schlecht Und ich Hab ja Hab da so eine ganz kleine Panik bekommen Wobei Ich untertreibe da ein bisschen Und dann habe ich Dann habe ich In meiner Panik Habe ich meine Tochter angerufen Und habe er so gesagt Er hat geschildert Und dann sagt er Ich habe Und jetzt ist er Ich habe keine Ahnung Ich sage Muss ich mal abwarten Ich sage Jetzt bin ich ja so Dass ich unterwegs Eigentlich keine Medikamente Zu mir nehmen Weil Ja Ist immer so eine Sache Bei mir Medikamente Und warmes Wetter Ach ja Und ich hatte dann schon Ja Ich habe gedacht Ja gut Wenn das jetzt nicht Langsam besser wird Dann nimmst du halt Ne Schmerzmittel Ich habe das ja In meiner Tasche Und ich hörte Mein Schwiegersohn War nämlich zu Hause Was ungewöhnlich war Der hatte früher Feierabend Und hat er gefragt Ja was los ist Und hat meine Tochter Irgendwann gesagt Sagt er Die Mutter soll da Bleib ich wohl sie ab Ja Musste mein Schwiegersohn Mich abholen Damit ich Heide Zu Hause ankam Und ich kann Euch sagen Ich hätte das nicht geschafft Ich wäre Nicht hochgekommen Denn ich habe hier zu Hause Gleich mein Schmerzmittel Genommen Und es hat nicht Angeschlagen Wäre ich jetzt In der Lage gewesen Also wenn mein Schwiegersohn Jetzt arbeiten gewesen wäre Noch Und ja Und hätte nicht Zur Verfügung gestanden Wäre ich dann nicht Weggekommen Ich hätte die Rettung Rufen müssen Boah Gott sei Dank War mein Schwiegersohn Da Oh Mir wäre das So unangenehm gewesen Jetzt habe ich wieder Ich quatsche Wieder nur Über mich Das ist ja hier Noch nicht mal Ein ordentliches Rotschmee Quatsch wieder nur Über meine Krankheiten Würde jetzt jemand Hier sagen Aber Ich So Dann gucke ich mal Was ich hier Drei aufkleben könnte Wie sieht das denn aus? Ne Weiß ich nicht Was ist denn mit dem Hier Warum ist Ach Die sind so Ne Ach ist ja doof Das ist doof Die werden da nicht halten Das weiß ich Das ist blöd Dann gucke ich mir Hier nochmal an Was habe ich denn hier noch? Jetzt mal ganz ehrlich Guck doch mal Das sieht doch aus Als ob da ein Käfer drauf wäre So Was ist mit dem hier? Das passt irgendwie auch noch nie Dann sehen die so schön aus Nein Wenn die jetzt in diesem Farbspektrum wären Dann wäre das was anderes Guck mal Ne Oder Davon habe ich sogar vier Stück Ich weiß nicht Was ist denn mit dem hier? Ey Hm Irgendwie schöner Oder? Ja Ich glaube Dann nehme ich die Ach wartet mal Und der Farbe Habe ich noch andere Glaube ich hier Oder? Nicht umfallen Nein Hör doch auf So Warte mal Ich hab ja Oh nee Schade Oh nee Jetzt Nee Hör auf zu kluckern Da drin Ja Jetzt kann ich mehr Oh Oh Was ist denn dort hier? Okay Das ist Nee Blau geht nicht Schade Die ist aber nicht schlecht Wenn ich noch eine hätte Wäre super Aber hab ich nicht Hab ich nicht Das ist ja jetzt blöd Ne Noch nicht mein kleiner Ja Ja Weiß ich nicht Also doch die Sterne Schade Ich hätte gerne Das Blümchen hier genommen Aber Nee Die Nee Die finde ich auch nicht so Nee Nö Nö Das war's Jawohl Das war's dann Jetzt gucke ich mal Ob der hier noch Taugt Nö So Hey So M-m-m Es ist immer blöd Wenn die sich so zusetzen Guck mal Guck mal Guck mal Guck mal Okay Also Na komm Ja nicht nur Luft rauslassen Komm Das war jetzt aber Ne Ja Ja Sehr schön Ach ja Ach so Ja Also Ich hab jetzt ein Fahrrad Endlich Also das ist jetzt der dritte Versuch Mit dem Fahrrad gewesen Die anderen Fahrräder Nee Das war nix Die mussten wieder weg Das eine war deutlich zu groß Das andere Ja War nicht War nicht in Ordnung Jetzt hab ich eins Das ist jetzt auch nicht Das Das Schönste Aber ich mach es mir schön Ich hab Ein paar Dinge Geordert Jetzt Und ich hoffe Dass DAL Es besser Ach DAL Hermes Es besser hinbekommt Als DAL Gerade Denn Bis Ende des Monats Bräuchte ich die Sachen Weil ich dann mit meinem Fahrrad Unterwegs sein möchte Ja Ja Ich steh das mal hier so hin Ne Damit die Flasche Über Kopf stehen kann Ja So ist das Das muss ich aber noch mal warten Ja dann Werde ich die Strecke fahren Zum Ria Sportzentrum Und da muss ich mal gucken Ja es hat sich leider nicht so ergeben bis jetzt Aber ich muss dann gucken Ob der Ob in dem Kurs noch ein Platz frei ist Oder ob ich jetzt auf den nächsten Kurs warten muss Aber es ist halt so ne Dann Hat mir meine Ärztin etwas eröffnet Jetzt was genau Möchte ich jetzt nicht im Einzelnen beschreiben Auf jeden Fall war das Ja War das schon etwas Was jemand anderes schon angesprochen hatte Was ich tun sollte Um Ja Um mir das Leben zu erleichtern Ein wenig Und ja Ich hätte nicht gedacht Dass ich überhaupt dafür in Frage käme Hatte ihr das aber auch so gesagt Und sie sagt Oh doch Wenn man so viel hat wie sie Sagt sie Dann kommen sie da durchaus in Frage Was das ist Möchte ich auch noch nicht sagen Weil das ist dann spruchreif Spruchreif ist aber Klinik Immer noch Und dabei bleibt das auch Ich habe mich jetzt mal Die ganzen Unterlagen ausgedruckt Brauche aber ein bisschen freien Kopf Dass ich alles ausfüllen kann Und ich habe noch einen ganzen anderen Packen Unterlagen auszufüllen Die nichts damit zu tun haben Die mit was anderes zu tun haben Also ich habe extrem viele Unterlagen auszufüllen Und wenigstens kommt noch mehr dazu Und Ja Ist alles sehr anstrengend Und dann habe ich ja auch meine Therapie Und die ist auch super anstrengend Und Die verlangt eigentlich schon von mir So ziemlich alles ab So dass ich die normalen Alltags Dinge Nur sehr langsam Und sehr Beschwerlich Hinbekomme Dazu gehört auch mein Haushalt Ich habe jetzt Ich musste die ganze Zeit Ja auf Schmerzmittel verzichten Für die Tests beim Rheumatologen Und Jetzt dauert das wahrscheinlich auch Bis der Körper wieder anspringt Überhaupt auf die Schmerzmittel Oder auch nicht Ich weiß es nicht Ich nehme sie jetzt seit ein paar Tagen wieder Und Sehr sparsam Aber sie schlagen nicht an Nicht wirklich Wahrscheinlich muss ich noch auf die entzündungshemmende Wirkung warten Ja Ich weiß es nicht Ich weiß Momentan so ziemlich gar nichts So Ja Aber wenn Wenn das mit dem Fahrradfahren gut klappt Und ich da wieder Übungen bekomme Und Routine Ach ich wollte da sowieso noch was dazu erzählen Also das Fahrrad ist ein sehr Ist ein kleines Rad Und eigentlich das ist ein Damenrad Kleines Weil ich bin ja auch noch eine kleine Person Und Trotzdem habe ich Schwierigkeiten Mein rechtes Bein Darüber zu bekommen Dass ich aufsteigen kann Das heißt Ich muss das Rad nehmen Muss es ankippen Dann reinsteigen Ich muss es fast bis unten auf den Boden ankippen Dann reinsteigen Das Fahrrad wieder aufnehmen Dann ist in Ordnung Also im Stehen komme ich mit den beiden Füßen auf den Boden Das ist in Ordnung Der Sitz, der Lenker Alles passt Aber das Absteigen wird dann auch wieder abenteuerlich Ich weiß nicht ob sich das dann mit dem Reha Sport hinterher ein bisschen bessert Ich hoffe das weil Jetzt müssen ganz viel meine Muskeln übernehmen Was sonst Knochen und Gelenke machen Ja Und ich hoffe dass ich mit Muskelaufbau Vieles dann ja So in den Griff bekomme Dass ich tatsächlich vielleicht auch wieder Normal auf dem Fahrrad aufsteigen kann Ohne Ja Ohne so ein Heckmeck Kann ja nicht sein Sollte es aber dann funktionieren Dass ich wieder regelmäßig mit dem Rad fahren kann Dann gucke ich Dass ich auch ab und zu mal was aufnehme Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin Aber bitte Mal abwarten Wie sich das noch verhält Ich weiß es noch nicht Aber vielleicht entstehen dann nachher Auch mal wieder Naturbilder oder so Ich mache das ja eigentlich ganz gerne Aber ich habe das vorher mal so gemacht Wenn ich mit dem Hund unterwegs war Und Mir fehlt mein Hund Den kann mir auch keiner wieder bringen Weil der fehlt halt Und Hat einer was aus meinem Herzen gerissen Und nein Es ist nicht möglich Mir einen neuen Hund anzuschaffen Auf gar keinen Fall Es steht gar nicht zur Debatte Und nein Ich werde mir auch keinen Im Tierheim Zum Gassi gehen Ausleihen Und ich werde auch keinen In Pflege nehmen Das kann ich nicht Wenn ich im Tierheim Mit meinem Gassi gehen würde Ich würde mit nach Hause nehmen wollen Wenn ich mich verliebe Und Pflegestelle weiß ich nicht Ich glaube Ich wäre so ein klassischer Pflegestellen versage Und würde dann unvernünftig handeln Nein Das mache ich alles nicht Ja Es ist hier doch kein Watchme rausgeworden Sondern ein Labervideo Ich weise es nicht Ich weise es nicht Mag mich ja da selbst nicht Wie dich leiden Habe ich euch schon mal Einen kleinen Staubsauger gezeigt Wenn ich zeichne und radiere Für was anderes taugt er sowieso nicht Und den drücke ich mal drauf Und dann Ist das ein Krummel? Der ist gar kein Krummel Aber Der kann schon was So ist das nicht Soll ich euch das mal demonstrieren Passt mal auf Habe ich hier ein bisschen Ja Guck mal Ich mach das mal so Hey Da habe ich meine Brille runtergeschmissen Toll Simone Machst du deine Brillen Dann haben alle wieder kaputt Ja ja Also Mach mal so Das ist jetzt ja Angespitztes So Und jetzt Mach ich den an Und jetzt Guck mal Schön ja Zack Und das ist cool Denn wenn ich Radiere Und ich habe das vom Radiergummi Hier rumliegen Das nervt Und dann schmiert es Übers Papier Oder wenn ich Diese Kohlestifte benutze Dann habe ich den Abrieb Auch hier Und ja Auch da gibt es Schmierer rein Und Wenn ich jetzt Den kleinen Sauger nehme Dann passt das Der passt einfach Das geht Und Ja Bin ich zufrieden Süßes Teilchen Echt jetzt Ja So Was mache ich denn jetzt Ähm Ich such mir mal Jetzt Bändchen Wo ich die Aufhänger Mache Ich habe es vorhin Einer Hand gehabt Meine Garne Wo sind die Arne Heute Auch das ist wieder so eine Sache Ich habe die gesucht Ich habe die gesucht Ich habe die gesucht Ich habe die nicht gefunden Besucht die blöde Heute durch Zufall Weil ich was anderes gesucht habe Habe ich die gefunden Welches nehme ich denn Ich habe die gesucht habe Und dann kann ich das andere hier wieder wegräumen Glaube ich So Na Na dann gucken wir mal Mal gucken Ich mache das jetzt so Dass ich mir Den Faden hier Genau Zu welchen Teilen Kürze Kürze Hmm Hmm Okay So Nein Nein Nicht so weit Nicht so weit So Ja So So ist So ist So ist So ist Genau Dann kommt hier oben Auch noch ein Knötchen rein Wie ich das befestige Weiß ich jetzt noch nicht Aber ich glaube eher Dass ich Irgendwo Weiter oben Nägelchen rein mache Und dann hänge ich die so fast Fenster Ich weiß nur nicht Ob das Bändchen jetzt rein Aber das ist ja nicht schlimm Kann man ja verlängern Ja Das ist Dieses Aber das ist noch nicht fertig Nee 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 So Das ist die Vorderseite Mal gucken Ob ich die jetzt zusammen Da durchkriege Was muss ich das da auch so machen Ja Oh So So Ja Das ist doch Super Seht ihr? Und auch hier kommt oben noch ein Knötchen rein. Hat sich wieder befreit. Na sowas. So. Okay. Ja, das sind schon mal die, ne? Mal gucken, ist das jetzt fest? Jo, Tatsache. Denn von der anderen Seite möchte ich gerne auch ein Sternchen, ne? Wenn man hier schon das Tesafilm noch durchsieht und das, ja, sieht nicht so schön aus, ne? So. Also, nochmal den Schmuckstein kleben. Ja, das sind dann jetzt so Sachen, die mir, die ich mache, wenn mir nichts anderes einfällt. Oh, seid doch schon wieder zu. Guck, ich habe wieder auf dem Kopf stehen gehabt, ne? Trotzdem. Da, es ist hier vorne. Komm schon, so. N-n-n. Bin ich. Diesmal nicht. N-n-n. Das würde sich nicht austricksen lassen, ne? Nö, nö, nö. Ach, komm. Vielleicht hätte ich doch gar nicht auf den Kopf stellen sollen. Vielleicht war das mein Fehler. Glaub ich langsam. Ja. 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 Oh, ist das blöd, ey. Haben die denn hier keine? Doch. Haben die. Du kriegst du nicht los, ne? Kriegst du nicht los. Kriegst du nicht los. Kriegst du nicht los. Obwohl der hier ist. Kriegst du nicht los. Jetzt. Auch nicht. Ah, guck, 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 guck. Da ist er. Und klebt sich an meinen Schraubendreher. Alter Schwede, ja. Kein Wunder, dass da nichts rauskommt, ne? Ja. Super. Wow. Das ist ja... Wow. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hier ist auch. Hier vorne. Guckt euch das mal an. Boah. Hier ist der nehm. Zeit, dass ich den jetzt mal benutze und langsam aufbrauche. Ja. So. Ja. Ich hoffe, das reicht jetzt. Seht euch hier. Ja. So. Mal gucken. Na komm. Ja, das geht nicht so schnell. Der kürtet. Der kürtet. Der kürtet nur langsam. So. Da ist er. Na komm. Dann, äh. Ja. Dann ist der auch super, ne? So. Mal gucken, dass ich den hier hier drauflege. So. Dann hat er die Rückseite von dem anderen überdeckt. So. So. Hier genau das Gäuschen. Mhm. So. So. Mal Tuch rausholen. So. Na. Mensch. Ich ärgere mich über so an, ne? Auch wenn ich es selbst verursache. Aber ich ärgere mich drüber. So. Einmal abwischen. Mal gucken. Ob ich den hier vielleicht aufhalten kann. Ja. So. Da habe ich nur nicht drin lassen. Habe ich schon mal gemacht. Ist die Nadel festgeklebt. Ist mir das Köpfchen abgebrochen beim rausmachen, ne? So. Jetzt schaue ich hier nochmal. Ja. Ich kann erstmal. Jetzt an die Seite. Ja. Das kann jetzt erstmal an die Seite. Und dann hole ich mir das hier wieder ran. So. Na. Jetzt überlege ich, was ich hiermit noch veranstalte. So. Ich hatte aber schon im Vorfeld geguckt. Und möchte gerne gehen. Tja. Meine Lieben. Das nenne ich jetzt mal Pech. Hup. Hup. Ich habe nicht gemerkt, dass mein Speicher voll war. Und die Kamera dadurch natürlich aussehen ist. Aber ich habe fleißig weiter gemacht. Und euch einen Knopf an die Backe gelabert. Aber ich denke, ich habe auch so genug gelabert. Ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse. Das sind die Häuschen. Jetzt sind hier unten die Perlchen dran. Und so wird das dann aufgehängt. Ja. Die kommen im Wohnzimmer dran. Da. Das andere. Die finde ich schön. Und äh. Die hier kommen hier im Kreativraum dran. Da sind die Kettchen hier oben. Finde ich jetzt auch sehr schön. So ist das. So ist das in Ordnung. Ja. Ne. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei sind identisch eigentlich. Ne. Ich hatte kurz überlegt, ob ich hier unten vielleicht auch noch Blümchen hinmale. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Obwohl jetzt mich schon wieder so an dem Punkt, wo ich denke, hm. Vielleicht doch. Na gut. Können wir ja machen. Oder? Denn wenn es nichts wird, kann ich die immer noch weg machen. Ich kann die nämlich dann auch wieder einfach weg machen. So. Nö. Danke. Danke. So. Und da gebe ich ja auch noch was hier so. Ne, ne. ich glaube dann mache ich noch schlimmer das lasse ich mal schön so ja wenn ihr das video seht werde ich euch wahrscheinlich bilder eingeblendet haben wenn es am fenster oder ich hing das hier hinten dran weil sie noch nicht so genau und ich hoffe euch hat das rum jammer quatsch watch video gefallen oh mein gott ach so ich muss mal hier die nadel wieder rausnehmen sonst erzählt das vorhin noch sonst geht das schief ja ich habe jetzt also viel geredet ich weiß nicht ob ihr irgendetwas davon verstanden habt oder ob ihr nur ein bisschen davon verstanden habt aber gut es ist halt gerade so so bin ich halt gerade und ja aber vielleicht kann man sich das ja trotzdem nebenbei anhören wenn man irgendwas macht oder so ne ich werde jetzt ich glaube ich mache mir jetzt hier noch eine kette oder vielleicht auch mehrere ketten und wird dann ja aufräumen und haben wir gucken ob ich das nächste video direkt mache denn der soll noch ein weiteres video produziert werden ich weiß nicht ich weiß nicht ich trinke mal hier mein zitronenwasser ach tut das gut oder so richtig erfrischend ich weiß gar nicht wir haben glaube ich 26 grad heute oder so das ist mir schon zu warm aber da tut so ein richtig frisches zitronenwasser richtig gut ich glaube ich habe noch im kühlschrank einen joghurt da werde ich mir gleich diese zitronen stückchen die werde ich mir so gering ganz ganz klein machen und dann werde ich mir einen zitronenjoghurt machen denn dafür taugt der fruchtfleisch mit sicherheit noch genau meine lieben ich habe schon wieder ganz vergessen was ich eigentlich sagen wollte ich wünsche euch was und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten was immer ich auch mache lasst euch überraschen tschüss ein wunderbarer menschen jeder der dich kennt der weiß wie liebenswert du bist weil es einfach nur die wahrheit ist hast dir sehr viel anvertrauen hast mich immer wieder aufgebaut bin froh dass es dich gibt weil du eine echte freundin bist bis hier kann ich reden und viel lachen erst dann auch quatsch und unsinn machen eines kannst du jedoch nicht wissen gäbe es dich nicht will ich was vermissen die leute kann man in der pfeife rauchen ich bin froh dass ich dich kenn ohne aber und auch wenn hier kann ich reden und viel lachen erst dann auch quatsch und unsinn machen eines kannst du jedoch nicht wissen gäbe es dich nicht will ich was vermissen die leute kann man in der pfeife rauchen ich bin froh dass ich dich kenn ohne aber und auch wenn ich bin froh dass ich dich nicht und ich bin froh dass ich dich nicht